Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Episode 4. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht und sind jetzt schon wieder da. In der Zeit habe ich mir einen kleinen... Ich habe gerade so ein Bastelprojekt, was ich mache, für meinen Blog. Und da habe ich so kleine Schmetterlinge gebastelt, die an Tassen kommen, egal. Okay, Max, ich kann nicht mehr in der Page jetzt. Wäre doch mega passend, wenn ich mir davon einen vollkindisch ins Haar klemme. So bin ich, ne? Also, bitte wundert euch nicht, was es ist. Es ist ein Butterfly-Effekt in meinen Haaren. Okay, wir schauen uns gerade mit Chloe. Wir schwelgen in Erinnerung und gucken uns ein bisschen hier alte Fotos an. Sie sagt uns schon seit einer halben Stunde, turn the page, I want to see more. Aber ich bin gerade ein bisschen rumgelaufen. Ich muss ja immer ein bisschen mich zwischendurch auch ein bisschen bewegen. Und Butterflies fangen. So, deswegen, wir gucken jetzt mal weiter. End ist es. For the book. Turn the page. Wer möchte da die Haare blau färben? Können wir nicht die Bilder nehmen und die Zeit zurückdrehen? Please? Das ist gut. Oh Mann, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could... Oh, guck mal, jetzt hatte ich gerade den in der Hand. Listen, Max. My respiratory system is failing and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. And I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible. And you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Nein. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Na, 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 na. Forgesis. Das kann nicht jetzt die Ernst sein. Also ich meine, ich kann das nachvollziehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie, dass sie weiß, dass sie bald sterben wird, dass sie nicht mehr lange so weitermacht und dass sie noch einmal einen schönen Moment haben wollte und der jetzt für sie irgendwie gekommen ist, aber wenn ich es jetzt ablehne, dann ist das wie in den ganzen Malen auch davor. Boah, das kann ich nicht machen. Dann komme ich ins Gefängnis. Also einmal komme ich, wenn ich es mache, komme ich ins Gefängnis und dann kann ich vielleicht die Zeit nicht mehr zurückdrehen und wenn ich es ablehne, dann hasse sie mich sowieso. Ja. I don't know. Ich mache, ich mache I don't know. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once. I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Im Prinzip ist es ja auch genau die Thematik, die gerade diskutiert wird, das mit der Sterbehilfe. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn es da um Teenager geht, ich meine, klar, die Situation von ihr ist schlimm und vielleicht wenn sie ein bisschen älter wäre oder so, dann würde das absolut zur Debatte stehen, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der eine Teenager dem anderen Sterbehilfe geben darf. Also es muss ja wenn dann einen Arzt machen und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das, wir akzeptieren das jetzt erst und dann drehen wir die Zeit zurück. Sofort. Gott, das ist schrecklich. Ah, ich bleibe. Nein. 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 Ich komme in den Knast. Danke dir so viel. Ich bin so stolz von dir, für following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Oh, nee. Oh, nee. Aber eigentlich müsste doch jetzt die Maschine sagen Wee, wee, wee. We have a code zero here. Scheiße. Und, und jetzt? Ich spurt zurück. Gehen wir das nochmal schnell? Mit Schrift, oder? Nee. Doch. Ich kann sie immer wieder sterben lassen. Manche Witze machen wir auf. Weißt du? Okay, jetzt refusen wir. Wenn es ganz schlimm ausgeht, dann... Ah, ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann, das kann, kann ich nicht. Also, ich kann keinen aus moralischen Gründen, kann ich, äh, kann ich das, äh, kann ich das nicht so lassen. Nee. So, jetzt hasst sie uns. Zurecht. Vielleicht. Ich kann nicht. Es tut mir leid, zu sehen, in irgendwelche Schmerzen. Aber ich habe kein Recht, zu tun. Ich bin ein Kind. Ich gebe dir das Recht. Aber Joyce und William... Ich habe bereits gesagt, meine goodbyes zu ihnen, aber sie werden nicht honorieren meine Wünschen. Du, richtig? Ich kann nicht... ...kill dich mit einer Überdose. Max, ich bin, von meiner Krankheit. Das ist nicht meine Dose. Das ist die Prozess. Ich würde lieber raus, auf eine Wünschenke, als eine Rock. Und ich will meine besten Freundin, zu helfen. Ich werde dir helfen, aber nicht so. Du musst mir glauben, Chloe. Warum, Max? oder soll ich sie sterben lassen und dann in dem Foto zurück? Gib mir doch das scheiß Foto. Ah! Oh mein Gott. Jetzt versuchen wir das nochmal. Oh mein Gott. Ob das geht? Was muss man da nochmal machen? Musst du doch mit irgendwelchen Tasten das Schaf stellen, oder? Ah ja. Da. Nach oben, nach unten. Falltasten? Nee. Oh. Links, 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 links. Ich weiß nicht mehr, ob man, ähm... wie das genau... oder ich muss so lange drücken, einfach bis es scharf wird? Irgendwie nicht mehr so ganz, ne? Scheiße. Ich brauche nur meine Anleitung. Ha. Shit. Oder was waren die andere Tasten? Ach, schütz, der weiße. Wie geht das nochmal? Ich muss jetzt die anderen Videos angucken. in den anderen Folgen angucken. Ah. Ich kann mit der rechten Maustaste das auch machen. Aber... das bringt mir ja nichts, wenn ich es gleichzeitig mache. Mit Maustaste. Ah. Weiter, 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 weiter. Nein. Andere Richtung. That's the best I can get. Ja. Ja. Okay, rechte, linke Maustaste und A und D. Oh, fuck. Was passiert jetzt? Nein. Nein. Nein! Was tust du denn? Du kannst es, wenn jetzt was schiefläuft, wenn es nicht so ausgeht wie sonst, dann kannst du nichts beändern. Du Idiot. Warum denn? Dann geh einfach nicht weg, vielleicht. Chloe, ich bin so sorry. Ich versuchte, dass Dinge anders für dich. Ich versuchte, ich bin so sorry. Ich weiß nicht genau, was du sprachst, aber... Komm schon, du hast Dinge anders gemacht. Wie, meine ganze Leben. Du bist mein bester Freund. Ich habe dich und eine große Familie. Ich bin so sorry für dich. Wir werden die besten Freunde für immer. Und wenn wir aufwachsen sind, wir nehmen uns das Welt. Listen. Whatever happens, ich will dich zu sein. Auch wenn du fühlst, dass ich nicht da für dich war. Denn ich werde niemals abandone dich, Chloe. Ich werde immer deine Rückkehr. Immer. Please. Jetzt verbrennen alle Bilder und verschwinden alle Bilder, wo sie mit ihrem Dad zusammen drauf ist. Ja. 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 Ja.